Ja, das ist genau der Punkt. Also die meisten Politiker, die in Deutschland Karriere machen, die dann irgendwann mal wichtige Ämter in der Bundesregierung bekommen, die haben entweder auf Landesebene angefangen, waren irgendwie im Landtag, dann waren sie Ministerpräsident im Land und dann werden sie irgendwann Bundesminister. Oder sie fangen im Bundestag an und machen da ihre Karriere und werden dann irgendwann Bundesminister und vielleicht irgendwann Kanzler. Bei Schulze ist es eben anders. Der hat auf europäischer Ebene angefangen. Und ich glaube, das macht dann insofern einen Unterschied, als ein Politiker, der vor allem Nationalkarriere gemacht hat, kann man es oft sehen, dass man den Eindruck bekommt, sie entdecken eigentlich Europa erst, wenn sie dann schon an der Regierung sind. Und es ist auffällig, wie viele Politiker, wenn sie dann ihre politische Karriere beendet haben, sagen, eigentlich hätte man Europa viel mehr Aufmerksamkeit schenken müssen und eigentlich sollten wir für die Zukunft uns noch viel stärker europäisch aussichten. Und ich glaube, bei Schulz fällt das weg. Schulz ist eben tatsächlich europäisch sozialisiert worden. Er denkt die EU mit, weil einfach das ist das Umfeld, in dem er lange Zeit Politik gemacht hat. Und das ist sicher ein Vorteil, weil eben die Europäische Union am Ende mehr Einfluss hat auf die deutsche Politik, als dass viele wahrnehmen, wenn sie irgendwie zum ersten Mal beginnen, sich mit Politik zu beschäftigen. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass sehr stark bei Politikern das Amt ein bisschen die Positionen prägt. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn Schulz Kanzler wird, dann wird er letztlich Deutscher auftreten, als er das als Präsident des Europäischen Parlaments gemacht hat. Einfach weil die Erwartungen an ihn andere sind, er dann anderen Wählern gegenüber verantwortlich ist und deswegen eben er als Kanzler letztlich auch ein bisschen die Aufgabe hat, deutsche Interessen zu verdrehen. Insofern denke ich, er wird Europa immer mitdenken. Also diese Sozialisierung verliert man nicht. Aber vermutlich wird man von ihm künftig sozusagen mehr deutsche Positionen, wenn man es so nennen kann, hören, als man das gemacht hat, als der Europäische Parlamentspräsident war.